Selbstvergebung üben Die folgende Meditation können Sie im Sitzen oder im Liegen üben. Kommen Sie in eine angenehme Haltung, in der Sie sich geborgen und wohlfühlen. Schließen Sie die Augen und verbinden Sie sich mit Ihrem Atem. Lauschen Sie seinem ruhigen Ein- und Ausströmen. Werden Sie sich bewusst, wie es sich anfühlt, wenn Sie auf sich selbst ablehnend, hart und fordernd reagieren, weil Sie sich ungeschickt angestellt haben, etwas nicht konnten oder Ihren eigenen Ansprüchen nicht genügten. Spüren Sie, wie Sie sich mit dieser ablehnenden Haltung, mit dieser Strenge selber Druck machen und sich selbst verletzen. Werden Sie sich bewusst, wie es sich anfühlt, wenn Sie sich wieder einmal selbst klein machen, wenn Sie sich selbst verraten und sich selbst im Stich lassen. Spüren Sie in der Tiefe Ihres Herzens den Schmerz. Öffnen Sie sich ganz der Fülle des Schmerzes, der aus solchem Selbstverrat, solcher Selbstaufgabe und eventuell sogar solchem Selbsthass entsteht. Schauen Sie nun auf sich selber mit den Augen des Herzens. Werden Sie sich bewusst, wie sehr Sie sich immer bemühen, wie Sie oft alles geben. Wie trostlos ist das alles, wenn Sie sich selber nie genügen. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich als ein Kind sehen, das verzweifelt ist und sich sehnlichst Trost und Zuspruch wünscht. Entfalten Sie, und sei es auch nur formal, die Empfindung von Mitgefühl für sich selbst. Schenken Sie dem in Ihnen, was sich schwach und verzweifelt anfühlt, Trost und Zuspruch. Vielleicht empfinden Sie Schuld und Scham, weil Sie sich so schwach und bedürftig fühlen. Entfalten Sie so gut Sie können Mitgefühl und Güte, besonders auch für Ihre Schuld- und Schamgefühle. Vergeben Sie sich, dass Sie nicht immer Ihren eigenen Ansprüchen genügen. Vergeben Sie sich dafür, dass Sie so hart und streng mit sich umgehen, gerade wenn Sie Zuwendung, Güte und Verständnis bräuchten. Machen Sie sich bewusst, dass es nur ganz alte, verinnerlichte Muster sind, die Sie zu dem machen, was Sie sind, im Fühlen, im Handeln und im Umgang mit unangenehmen Empfindungen. Versuchen Sie Verständnis und Güte für dieses Gewordensein zu entwickeln. Sie sind ein Mensch. Das Leben hat Sie geformt. Sie haben immer Ihr Bestes versucht, so gut Sie es eben wussten. Vergeben Sie sich Ihre Fehler und Ihre Schwächen. Versuchen Sie es wenigstens. Und wenn Sie ganz viele Widerstände in sich spüren, dann vergeben Sie sich auch diese Widerstände. Sagen Sie zu sich selbst, ich vergebe mir für alles, was ich mir selber angetan habe. Ich vergebe mir meine Achtlosigkeit und meine Lieblosigkeit. Ich verzeihe mir meine Angst, meine Verwirrung und meinen Schmerz. Ich vergebe mir vollkommen und von Herzen. Ich verzeihe mir selbst. Ich verzeihe mir selbst. Ich verzeihe mir selbst. Ich verzeihe mir selbst. Und spüren Sie, wie es Ihnen damit geht. Wie ist Ihnen jetzt ums Herz? Ich verzei mir selbst. Ich verzei mir selbst.